Leute, willkommen zu einer neuen Runde Kurski auf meinem Kanal. Ja Leute, heute mal ein kleines Thema am Start, was es euch nicht so wirklich betrifft, aber mich eigentlich, denn ich habe heute Geburtstag. Natürlich nehme ich das Video einen Tag vorher auf, weil ich am Geburtstag natürlich nicht so wirklich viel Minecraft zocken werde. Aber Leute, jedenfalls habe ich ja eh nie Themen und dann dachte ich mir, warum kann ich dann nicht ein Video einfach zur Geburtstag raushauen. Ja Leute, wer das letzte Video wirklich ernst genommen hat, das tut mir wirklich leid, ich hätte es wirklich ein bisschen besser kennzeichnen sollen. Ja, er hat irgendwas gehackt. Irgendwie sollte, hätte ich das wirklich ein bisschen besser kennzeichnen sollen, irgendwie am Ende sowas einblenden, dass ich wirklich nicht hacke und so ein Beweis. Aber Leute, ich kann euch nur sagen, am Ende sieht man zum Beispiel, dass ich nicht gehackt habe, da die gleiche Szene nochmal ist. Ich denke mal, den meisten ist eh aufgefallen, nur für die Leute, die es nicht aufgefallen ist. Wollte ich es einfach nochmal sagen. Ich muss ehrlich sagen, das Video hat auch wirklich Bock und macht zu schneiden, das ist eh. Da ich halt merke, so eine normale Runde Kurski ist ja wirklich langweilig zum Schneiden irgendwie geworden, wenn man das jedes Mal so macht. Deshalb war das mal was anderes, so alles auszuschneiden und so, das war eigentlich ganz cool. Das hat dann im Dämm angekommen, hoffentlich können wir den trotzdem noch holen. Wäre eigentlich ganz nice. Okay, er macht kein fair, aber ich kenne ihn trotzdem irgendwie. Kommen wir? Und wir haben ihn nice. So Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich in der nächsten Runde. Hallo Leute, willkommen zur zweiten Runde Kurski auf dem Spooky Haul. Und ich habe eigentlich alles angesprochen, so was ich ansprechen wollte, in der ersten Runde. Außer, dass ich mich halt noch wirklich bedanken wollte für das Feedback auf das letzte Video. Das war halt einfach mega krass. Um die 400 Likes und 3k Views nach zwei Tagen oder so. Danke dafür Leute. Und die Runde sollten wir eigentlich rasieren, weil ich hab grad Bock. Haben wir. Kommt auch noch. Haben wir auch. Ja, will unbedingt fighten. Aber der hackt und das ist echt ein Problem grad. Aber er ist extrem slow. Und wir kommen ihn, oder? Ja, wir haben ihn. Und da kommt der Cleaner. Müssen wir schwitzen. Oh, die W-Tip-Kombo. Komm, ich geh jetzt nicht weg. Nein, nein, nein. Oh, hab ihn auch noch. Oh, das ist ne leiste Runde Leute. Und da kommt der letzte auch schon. Wir probieren ihn auch noch zu holen vom DM. Oh. Ja, okay, wir haben den Typen nicht mehr vom DM bekommen, aber wir haben ihn richtig gegeben. Oh nein, er will auf den Bogen gehen, aber wir geben ihn. Komm. Oh, wir haben ihn. Und Leute, dann würde ich sagen, wenn euch die nice Runde es auch noch gefallen hat, würde ich mich wirklich über den Like freuen. Und dann würde ich sagen, Leute, tschau, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.